Herzlich willkommen in der heutigen Sendung mit dem Titel Kraftorte erschaffen durch Bio-Photonen. Beim heutigen Thema Kraftorte gehen die Meinungen so weit auseinander, dass die einen es als Unfug bezeichnen und andere wiederum von magischen Orten reden, an denen sie ihre Akkus aufladen und ihr Bewusstsein erweitern können. Mit meinem Gast, Herrn Walter Rieske, gehe ich diesem Thema heute mal auf den Grund. Herzlich willkommen, Walter. Wie erklärst du jemanden, der sich noch nie mit dem Thema Kraftorte beschäftigt hat, um was es sich hierbei genau handelt? Ja, hallo Wessner. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, bei Kraftorten geht es einfach darum, dass, ja, es sind oftmals Orte, die sehr traditionell sind, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang schon als mystische oder magische Orte ihren Ruf aufgebaut haben, ihre Bekanntheit errungen haben. Und da geht es darum, ja, dass das einfach viele Menschen spüren, wenn sie dort hingehen, dass sie abschalten können, loslassen können, dass sie ihre Akkus auftanken können, dass man, wenn man ein paar Stunden dort verweilt hat, das ein oder andere Zipperlein auch dann verlieren kann. Also, ja, und das sind eben auch völlig unterschiedliche Orte, wenn man das betrachtet, was es da alles so gibt, zum Beispiel hier in Deutschland, die externen Steine. Das wäre ein Kraftort oder in der Nähe von Kassel gibt es so Gesteinsformationen. Und ja, Quellen sind dann auch noch dabei. Die Heilquelle von Lourdes ist ja weltweit bekannt. Und das sind alles so Bereiche, wo die Menschen im Grunde genommen dann auch wissen, okay, das ist was Besonderes und das tut mir gut. Und auch diejenigen, die es vielleicht nicht unbedingt merken, wenn sie da hingehen. Es gibt eigentlich weniger Menschen, die da gar nichts empfinden, aber die gibt es auch. Und es passiert trotzdem was. Woran glaubst du, liegt es, dass manche Menschen sofort diese Energie wahrnehmen, spüren und andere wiederum, wie ich schon in der Einleitung sagte, von kompletten Humbug reden und auch dorthin gehen und tatsächlich für sich behaupten, nichts mitzunehmen? Ja, der liebe Gott hat uns den freien Willen gegeben. Und wenn jemand eben nicht möchte, sich nicht mit dieser Energie verbinden möchte, sich dafür nicht öffnen möchte, auch Unbewusstes nicht tun möchte, dann wird er weniger spüren oder nichts spüren. Aber du meinst, die Wirkung ist trotzdem da? Naja, es ist so viel Wirkung da, wie auf der innersten Ebene zugelassen ist. Und wenn es jemand bewusst total blockiert, dann wird er auch sehr wenig Wirkung haben. Wenn er das nicht weiß, er kommt in einen Bereich, wo so ein Kraftort ist und ihm ist es nicht bekannt und er geht jetzt nicht bewusst auf eine Abwehrhaltung, das will ich aber nicht haben, sondern ist eben einfach dort, dann entscheidet sich das auf der seelischen Ebene, wie viel von dieser Energie eben für ihn nutzbar dann ankommt. Kannst du mir sagen, warum Mutter Erde solche Plätze geschaffen hat, wofür sie dienen und warum an mancher Stelle diese Energie fließt und an anderer Stelle wiederum nicht? Also ich denke, dass das Energiesystem von Mutter Erde eben automatisch diese besonderen, stärkeren Bereiche hat, wie wir Menschen auch, bei uns sind es Chakren, wo eben die Energie gebündelt ist und Mutter Erde hat auch so etwas wie Chakren und es gibt auch bei Menschen kleinere Bereiche als die Chakren, wo eben Energiepunkte sind und so ähnlich ist es bei Mutter Erde auch. Auch die Parallele, wir haben die Meridiane als Energiebahnen und bei Mutter Erde sprechen wir von Leylines, die vielfach aber auch blockiert sind bei Menschen, wie auch bei Mutter Erde blockiert worden sind durch zum Beispiel Gebäude wie Kirchen oder Freimaurerobeliske, die dann auf diese Leylines gesetzt wurden und so gibt es eben die unterschiedlichen Bereiche. Also ganz kurz mit diesen Leylines, das heißt, es soll eigentlich vermeiden, dass sich die Kraftorte auf der Erde miteinander verbinden? Naja, die Absicht war eher, dass die Energie rausgezogen, also Energie entnommen wird an den Bereichen und das hat aber auch zu Blockaden geführt, die inzwischen aber durchgespült sind mit Lichtenergie. Also wir haben die Situation, dass die Energie von Mutter Erde extremst beschleunigt, sich extremst verstärkt. Also es ist wirklich eine Beschleunigung auch da und das ist für uns alle sehr, sehr schön. Kann man denn die Energie, die an solchen Kraftorten herrscht, messen? Ein Unterschied zu anderen Orten oder auch dieses Wasser von Lourdes? Kann man darin erkennen, dass es, oder weiß man woran, warum es anders ist als anderes Wasser? Naja, man kann es messen, in der Tat, mit hochpräzisen Messinstrumenten, nämlich der Mensch selber ist dann im Grunde genommen die Messtechnik. Man kann dieses radioästhetisch ermitteln, also mit Hilfsmitteln wie Pendeln oder Tensor kann man die sogenannten Bovis-Werte, die Lebensvitalenergie-Werte messen. Da hatte die Heilquelle von Lourdes zum Beispiel bis vor einigen Monaten 800.000 Bovis und der normal vitale Mensch liegt vielleicht bei 8.000 Bovis ungefähr. Und wenn man dann ein Energiedefizit hat, kann man sich vorstellen, wenn man ein Glas Wasser mit 800.000 Bovis zu sich nimmt, dass das schon die Akkus gut anreichern kann. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Du hast gesagt, wenn man einen Energieort besucht, kann man Akkus aufladen, also Energie tanken. Bewusstseinserweiterung ist ein Thema, Gesundheit ist ein Thema, sicherlich physisch wie psychisch gehe ich mal von aus. Optimal wäre es ja eigentlich auf so einem Ort sein Häuschen zu erbauen, oder? Ja, ja. Und früher wurde es auch so gemacht. Also früher, die Baumeister, die waren automatisch auch Routengeher oder wussten, ich setze da kein Haus hin, bevor nicht ein Routengeher geguckt hat, laufen da Wasseradern oder Gesteinsverwerfungen lang, sonst muss ich das Haus ein bisschen anders ausrichten. Heute kommt das Katasteramt und sagt, es wird alles in einer Reihe gebaut. Und wer eine Wasserader dann auf seinem Grundstück hat, die entsprechend ungünstig verläuft, der hat ein bisschen Pech gehabt sozusagen. Und gut, dass du das Thema anschneidest, weil für diese Bereiche haben wir Lösungen. Und auch das Thema, so einen Kraftort zu Hause erschaffen, ist ja das Thema des Interviews auch. Genau. Ich wollte nämlich darauf, deswegen sagte ich, auf einem Kraftort leben, was natürlich nicht möglich ist. Klar, man könnte jetzt mit dem Rucksack oder irgendwas in den Wald ziehen. Aber wie habe ich die Möglichkeit als Mensch, es gibt ja auch nicht immer in der Nähe Kraftorte, wo man lebt. Manche sind vielleicht stundenlang entfernt von der Heimat. Wie kann ich es schaffen, diesen Kraftort doch zu mir nach Hause zu bringen? Ja, meine Firma heißt Genesis ProLife und der Name ist Programm. Genesis steht für Ursprung, für Schöpfung. ProLife, für das Leben, zur Unterstützung des Lebens. Und wir haben eine Technologie erschaffen, die unter Ausnutzung vorhandener Energien, die wir überall reichlich haben, elektromagnetische Felder, die Technik, die elektrischen Helfer des Alltags erzeugen jede Menge. Energie. Allerdings ist die nicht vollständig und erzeugt deshalb üblicherweise Stress. Das kennen wir vom Handy, das kennen wir vom WLAN, das kennen wir von Mobilfunksendern. Wenn ich einen Mobilfunksender 300 Meter vom Haus errichtet bekomme, dann wissen wir, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Dann habe ich zwar eine Menge Energie, aber die ist nicht verträglich mit meiner Biologie. Und die Genesis-Technologie kompletiert die vorhandenen Energien mit den himmlischen Aspekten, um es mal philosophisch vielleicht auszudrücken. Und dadurch, durch diese Anreicherung mit diesen fehlenden Anteilen, wird diese Energie biokompatibel. Was heißt das? Das heißt, das Handy ist eine Tankstelle für Lebensenergie, wenn ich den Chip für das Handy von Genesis ProLive auf meinem Handy installiere. Das heißt, der Anspruch, die ungünstige Auswirkungen zu neutralisieren, wird bei weitem übererfüllt mit dieser Technologie. Es geht darum, einen Vitalitätsförderer aus dem Handy machen zu können. Also tatsächlich zum Energieauftanken ist das Handy dann geeignet. Also du sagst von der Negativstrahlung sogar in die positive Strahlung für den Menschen. Ja. Das Ganze umzukehren. Ich drücke es ein bisschen neutraler aus. Die Handystrahlung ist eine Energie und auch die Strahlung vom Mobilfunksender. Aber sie ist nicht vollständig. Es fehlt ihr die Feinstofflichkeit. Dr. Volkhammer hat 40 Jahre lang in diesem Themenbereich geforscht und hat sensationelle Ergebnisse dabei entwickelt und auch Messverfahren. Und er hat unseren Lebensenergiegenerator. Ich halte ihn mal ganz kurz für die Zuschauer ins Bild. Ich weiß nicht, ob man da jetzt... Also ganz einfach in die Steckdose rein und das war's. Also keine komplizierten Bausätze oder irgendwo anklemmen mit irgendetwas. Das ist ganz easy. Das bekommt jeder hin. Und man steckt ihn irgendwo zentral ins Haus. Es ist so viel Reserve da, man kann nichts verkehrt machen. Und der moduliert auf die gesamten vorhandenen Energien. Auch auf die WLAN-Strahlung der Nachbarn, die ich wenig beeinflussen kann, wenn jemand... Welche Reichweite hat es denn, wenn ich es in die Steckdose stecke? Muss ich in jeden Zimmer einen reintun oder geht das nach Quadratmeter hoch runter? Nein, also das Genesis-Frequenzpaket wird auf das gesamte elektromagnetische Feld des Hauses aufmoduliert. Überall, wo Strom hingeht und fließt, sind dann diese Heilfrequenzen mit dabei. Und wenn ein Mobilfunksender auf das Haus strahlt, ob der jetzt 100 Meter entfernt ist oder 5 Kilometer entfernt ist, gibt es eine Rückkopplung zu dem Sender. Die Sender haben immer so ein gewisses Abstrahlspektrum. Und nach wenigen Tagen ist es so, dass der Sender so stark mit den Heilinformationen auch angereichert ist, dass die Strahlung, die Qualität der Strahlung sich auf rechts, also auf Vitalität fördernd, auf lebensfreundlich dreht. Und wir haben Messungen gemacht. Mein Ideal war immer weltweite Harmonisierung der Sphäre, der technischen Felder, die wie ein Gürtel um die Erde herumgehen. Und da sind Strahlungen von Hochspannungsleitungen, von Mobilfunksendern, von Satelliten. Das ist wie so eine Suppe durcheinander gemischt. Das sind elektrische, technische Felder. Und wenn man genügend Heilfrequenzen einspeist, dann verändert sich die Qualität dieses gesamten Strahlungsgürtels. Jetzt sagen wir mal, das ist viel Information. Ich jetzt als User. Ich bekomme dieses Teil, stecke es rein und was spüre ich direkt und was vielleicht langfristig? Was verändert sich eigentlich bei mir? Ja, sofort. Zum vorherigen Punkt noch. Ein einziger Generator hat das Potenzial, die Qualität der Strahlung weltweit so zu neutralisieren, dass sie nicht mehr ungünstige gesundheitliche Auswirkungen hat in der Sphäre. Weil du nach der Ausdehnung, wie weit reicht das, gefragt hast. Es reicht nicht mit einem Generator, um das WLAN, das jemand in Chicago in der Wohnung hat, wenn jemand hier im Schwarzwald sich einen Generator einsteckt. Aber in der Sphäre selbst, in der Natur, reicht ein Generator, um das zu schaffen. Und er brauchte auch nur relativ kurze Zeit für. Und das kannst du sagen, weil ihr das gemessen habt? Und wie? Das habe zum Glück nicht ich gemessen. Wenn ich etwas messe, dann behalte ich das eher für mich. Solche radioästhetischen Messungen mache ich mit Partnern und Freunden, die das schon sehr lange machen und die auch ein bisschen mehr Neutralität haben. Ich mache meine Dinge mit Herzblut und bin so tief da drin, dass ich mich nicht auf neutral setzen möchte. Und das muss man eben machen, wenn man diese Messungen macht. Und insofern haben das mehrere Radioästheten, die aber wirklich schon jahrzehntelange Erfahrung auch haben, die auch einen hohen Bekanntheitsgrad haben mitunter. Also Dr. Katharina Friedrich ist vielen vielleicht ein Begriff. Sehen ohne Augen und solche Dinge macht sie. Die hat Messungen gemacht. Oder der Armin Schüttler, Regina aus dem Harz, die macht seit 30 Jahren energetische Lebensberatung. Also solche Leute, die wirklich davon viel verstehen. Oder der Ludwig Wüstefeld, der seit 21 Jahren eine Naturheilpraxis hat und jeden Tag Messungen macht. Zurück, also ich stecke es rein und was passiert dann? Also gibt es wirklich Dinge, die ich sofort merke? Sprich Haushalt oder am Körper, im Geist und dann eben wiederum Dinge, die ich erst langfristig erkenne? Also was passiert ist, dass sich diese Energie schlagartig, also augenblicklich ausbreitet. Die Technologie arbeitet über das morphogenetische Feld, das Bewusstseinsfeld. Und von daher ist es sofort präsent. Und die elektromagnetischen Strahlungsfelder werden sofort so angereichert, dass sie rechtsdrehend sind. Und es geht auch um geologische Energiefelder, wie zum Beispiel eine Wasserader oder Gitternetze, die eben auch ungünstige Auswirkungen haben können. Auch die werden so angereichert, dass sie auf rechtsdrehend gehen. Und da kann es bei einem Banker-Gitternetz, das ist ein kubisches Gitternetz, schon ein paar Tage länger dauern, bis das eben dann auf rechtsdrehend geht. Aber es wird geschafft, also das wird erreicht auf jeden Fall. Und von daher ist es eine enorme Erleichterung. Ich muss nicht erst überall jemanden kommen lassen, der hier misst und da misst. Und ist hier eine Verwerfung, ist da eine Wasserader oder irgendwas. Wenn ich den Stecker reinstecke, weiß ich, es ist damit alles erledigt. Und es reicht für ein Einfamilienhaus, für ein Dreifamilienhaus. Ein einziger Stecker würde auch bei einer Schule einen Riesenunterschied machen oder bei einem Altenheim, Krankenhaus, was auch immer. Nur wenn ich 20.000, 30.000 Quadratmeter Fläche, Wohnfläche oder Krankenhaus, spricht man nicht von Wohnfläche, hoffe ich. Wenn ich so viel Fläche habe, dann ist es natürlich noch effektiver, wenn da vielleicht in so ein großes Krankenhaus Zehngeneratoren reinkämen. Aber das Problem, das ich beheben möchte, das ist schon beim Krankenhaus mit einem, zwei, dreien Generatoren behoben. Im Ein-, Zwei-, Dreifamilienhaus habe ich alles im Griff mit einem Generator. Für wen, würdest du sagen, kommt dieser Generator in Frage? Also wenn du die Frage andersrum stellst, für wen nicht, dann wäre es einfacher zu beantworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass man nicht besser investieren kann als in so einen Generator. Und ich möchte ja nicht über Geld sprechen. Ich bringe mal eine andere Währung ins Spiel. Wir alle haben ein Handy in der Tasche und der Generator kostet so viel wie ein aktuelles Smartphone. Und ich investiere ihn einmal. Er hat keine Abnutzung, er hält ein Leben lang. Und er amortisiert sich auch noch über die Optimierung in technischen Bereichen. Wir haben immer wieder Rückmeldungen, dass die Stromkosten geringer ausfallen, dass weniger Heizkosten anfallen, weil all diese Bereiche mit optimiert werden. Also man kann den Kühlschrank um ein, zwei Stufen runterdrehen, stellen die meisten fest. Also wenn man Eier kocht, muss man aufpassen, wenn man Eier weich kochen möchte, dass man nicht die angegebene Wassermenge in diesen Zylinder reinpackt, die für vier weiche Eier, wir sind zu zweit zu Hause, unsere Tochter ist ausgezogen, zum Glück in der Nähe geblieben. Und wenn ich vier Eier weich kochen möchte, dann packe ich so wenig Wasser rein wie für sieben Eier. Das klingt jetzt wieder unlogisch, aber bei diesem Eierkocher, je mehr Eier ich da reinpacke, desto weniger Wasser. Also vier Eier weich kochen sind ungefähr zwei Zentimeter unter dem Strich, wo es eigentlich sein müsste mit der Wasserfüllung. Und in Geld ausgedrückt haben wir Rückmeldungen, wie ein Freund aus der Nähe von Kassel, der hat zehn Euro monatlich weniger Einstufung bekommen vom Energieversorger. Wenn man jetzt, wenn jemand jetzt tausend Euro Stromverbrauch im Monat hätte, dann wäre zehn Euro wenig. Beim Dieter sind es 65 Euro Stromkosten im Monat und da sind zehn Euro, ich glaube, 17 Prozent weniger Stromverbrauch oder so. Na gut, das heißt ja, er amortisiert sich irgendwann ja auch durch das Ersparnis. Das eine ist natürlich die Geldersparnis und Energie und das Ganze. Aber habt ihr auch Rückmeldungen, was das Bewusstsein angeht? Vielleicht auch Heilung von Krankheiten, körperlicher oder psychischer Art? Ja, jetzt dürfen wir über diese Dinge ja genau nicht sprechen in Deutschland. Besonders nicht. Deswegen rede ich auch nur von Rückmeldungen. Es sind ja nicht deine Aussagen, sondern Aussagen von anderen. Also wir haben die Einrichtung Lebensgarten e.V. im Allgäu. Die Angelika Fauser, die leistet eine aufopferungsvolle Arbeit bei dem Themenbereich Autismus und ADS, ADHS und hat auch vorher schon richtig gute Erfolge gehabt. Aber hat mit diesen Technologien, ja, erreicht sie die Ziele viel schneller und ja, also wenn so Themenbereiche wie Ritalin oder andere Psychopharmaka, die eben, ich habe davon nicht so viel Ahnung, ich will da jetzt nicht so aufs Glatteis kommen, Die schleicht sie langsam aus, üblicherweise. Sie hat eine eigene Bio-Pflanzenanbau, also tolle Ernährung in der Einrichtung und verschiedene andere Sachen, die sie nutzt, Kräuter und so weiter. Und sie hat eben festgestellt, dass sie in Verbindung mit dieser Technologie das gar nicht mehr ausschleichen muss, sondern direkt weglassen kann. Habt ihr es denn auch mal erlebt, dass es gar nicht funktioniert hat? Nee, nein. Dass irgendjemand eine Rückmeldung gegeben hat und hat gesagt, also könnt ihr das zurücknehmen. Also ich habe das Gefühl, bei mir geht hier nichts. Okay, also wir haben in der Tat, mir ist es wichtig, dass die Leute zufrieden und glücklich damit sind. Und wenn jemand sagt, ich merke da gar nichts oder ich habe jetzt grüne Pickel bekommen, was Entgiftung sein könnte und ja toll wäre. Aber wenn der das dann anders interpretiert und sagt, ja ich möchte den doch nicht mehr haben, haben wir 30 Tage Rückgabe recht. Und es sind bis jetzt, ich glaube drei inzwischen. Ab Juli haben wir haben wir die Webseite und den Shop online. Und von etlichen hundert Bestellungen sind drei Rückgaben gekommen. Das waren einmal zwei Amulette. Da war aber der Hintergrund, das ist uns doch zu stark. Ich habe dann gesagt, man könnte es ja auch mal abnehmen. Wie hat sich das gezeigt? Haben die das begründet? Ich habe zuerst eine ganz, ganz tolle Rückmeldung bekommen. Meine Ärztin hat gemessen 93 Prozent Verbesserung. Das ist sensationell. Das musst du unbedingt an den und den herantragen. Und dann, ich glaube anderthalb Monate später, es ist uns doch zu stark. Und wir haben das Gefühl, dass das Herz so galoppiert. Und sie haben mehrere Chips eben für WLAN und andere Sachen auch noch gerne behalten. Aber die Amulette, ich sage, okay, machen wir eine Rückabwicklung. Ja. Und dann war es eine Therapeutin, bei der, also die Dinge haben eine regulatorische Wirkung auch. Sie hat stark Diabetes, Typ 1. Und der Insulinwert ist nach oben und nach unten in den Keller gegangen. Also so ganz hoch runter. Und das wäre dann eigentlich so, dass es so ausschlägt und immer flacher wird und sich einregelt. Aber die Werte waren für sie so drastisch, dass sie gesagt hat, das möchte ich doch nicht riskieren, in diesen Bereich dann zu kommen. Und bei der dritten Rückgabe, aber ich denke, da braucht man gar nicht so viel drauf eingehen. Da war es vorher schon, das war eher noch so, hörte sich so an wie so ein Versuch. Ich versuche es nochmal. Gut, ist auch dann gar nicht. Man sieht ja, ihr habt Hunderte verkauft. Und ich gehe mal von aus, drei Rückläufer. Das ist ein super Wert. Im Promillbereich. Mich hat nur interessiert, ob es tatsächlich Menschen gibt, die so gar nicht darauf reagieren. Weil du hast mir auch am Anfang dieses Amulett umgelegt. Und ich kann nur sagen, innerhalb von Sekunden ist es warm geworden. Also es ist ganz heiß. Man spürt. Und ich bin, würde mal sagen, nicht wirklich feinfühlig. Also es gibt ja diese Menschen, die sofort alles wahrnehmen im Nano-Bereich. Und ich weiß nicht welchen. Ich bin es nicht. Ich brauche da ein bisschen mehr. Und es ist heiß. Ich merke auch, dass es mich aufputscht, als hätte ich gerade ein Espresso getrunken. Oh, schön. Kannst du etwas dazu sagen, wenn man das trägt, was das jetzt am Körper bewirkt? Ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen. Was ganz Spannendes haben wir erlebt. Wir haben Heilerinnen in der Schweiz. Die Zita und Bea, die haben eine Praxis in der Schweiz und sehen auch Energien, haben eine ganz tolle Wahrnehmung auch dafür. Und die Zita hatte mich angesprochen. Sie hat gesagt, Mensch, wir haben hier vor der Tür wunderschöne Seen, die aber von den Lebensvitalenergiewerten völlig im Keller sind. Und ich dachte gar nicht, dass es so etwas gibt. Die lagen so bei 2000 Bovis-Einheiten. Das ist nichts. Also, was sie da machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geh doch mal schwimmen in dem See. Du hast doch das Amulett. Da sagt sie, ja, das möchtest du nicht so gerne jetzt. Aber sie ist dann losgefahren. Sie sind losgefahren, die beiden, und haben das Amulett auf so einen Stein in den See hineingelegt. Und nach drei Minuten kamen Enten und Schwäne. Und sie hat dann geschrieben, sie musste das Amulett vor dem Schwan so ein bisschen schützen. Sie hatte den Eindruck, der will das an sich nehmen. Und das Erstaunliche ist, der See hatte danach 700 Millionen Bovis-Einheiten. Nach fünf Minuten. Oh mein Gott. Also ich hoffe, ich falle hier nicht bis zum Ende der Sendung noch in Ohnmacht. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Weil ich merke schon, dass es mich sehr, sehr auffüllt. Und es liegt nicht bei der Aufregung, sondern ich merke, wie sich das so langsam aufbaut. Und Aufregung würde sich ja jetzt eigentlich bei mir abbauen. Und ja gut, ich bin im Moment noch sehr begeistert von dem Amulett und was es in einem bewirkt. Zum Thema See, ich war jetzt nur mal ganz kurz in Polen, zum Entgiften. Und das war an einem See. Und der Herr, mit dem ich jeden Morgen um 7.30 Uhr, der uns alle in den See geführt hat, hat gesagt, das ist ganz wichtig, morgens bei, das waren 7 Grad Wassertemperatur, in den See einzutauchen und dann wieder auszusteigen. Da habe ich gesagt, naja gut, ich könnte ja auch kalt duschen. Sagt er, nein? Ja, schon. Aber der See ist lebendig. Es ist was anderes, wenn ich in diesen See eintauche. Ich werde merken, dass sich Organe, ich habe jetzt keine Probleme oder denke, keine Probleme zu haben. Aber er sagt, Menschen, die Probleme haben, die regenerieren danach. Sie wissen nicht, warum. Und es ist auch mit einer kalten Dusche nicht zu ersetzen, obwohl die auch schon mal besser ist als gar nicht. Aber es hat wohl etwas mit diesem See zu tun. Meinst du, das könnte auch so ein Kraftort sein? Absolut, ja. Da gehe ich von aus. Also es ist definitiv so, wenn du in ein, jetzt sage ich mal, wenn du in die Heilquelle von Lourdes hineinspringen würdest, die hat heute auch mehr als 800.000 Bovis, weil die Erdenergien sich auch beschleunigen, dann tankst du einfach auf. Also du hast die Absicht und das Bewusstsein, ich möchte mich mit dieser Energie verbinden und öffnest dich dadurch dafür und dann profitierst du entsprechend davon. Duschen würde schon auch reichen, wenn du den Generator hast und das Wasser ist in den Bovis-Werten nicht mehr messbar. Also diese 700 Millionen Bovis, die sensationell sind, also ich kenne keine Heilquelle auf der Welt, die auch nur annähernd so einen hohen Schwingungsbereich hat, werden bei weitem übertroffen. Wenn man den Generator im Haus hat, der ist ja länger als fünf Minuten da, um das Wasser eben hochzufahren. Und diese ganz hohe Energie sorgt eben auch dafür, dass eine Entgiftung stattfindet. Und zwar geht es so vonstatten, dass Schadstoffe, die ich in mir angesammelt habe, energetisch entstört werden. Das dauert nicht mal zwei Tage. Dann sind die energetisch entstört, also haben keinerlei Auswirkungen mehr. Und sie werden identifizierbar. Das heißt, der Zellstoffwechsel erkennt, da liegt ja Aluminium rum. Das brauchen wir hier nicht und kann das eben ausleiten. Habt ihr da irgendwie so ärztliche Attests vorher, nachher? Naja, die Ärzte gucken in diesen Entgiftungsbereich nicht so krass rein. Die meisten Dinge lassen sich überhaupt nur über Radiästhesie ermitteln. Wir haben allerdings Auswertungen. Ich habe eine Freundin, die nimmt Zeolit. Wir haben ja auch Nahrungsergänzungen und Superfoods mit diesen Energien der Ursprünglichkeit im Programm. Und bei der Martina war es so, die hat acht Jahre lang schon ein Zeolit genommen. Ich glaube, acht Jahre waren es. Hatte schon auch immer gute Werte. Und sie hat ein Bioscan-Messsystem und misst sich selber einmal im Monat. Und dann hat sie zum einen den Generator, zum anderen das Zeolit von Genesis genommen. Und nach drei Wochen kam ein Aufschrei über WhatsApp. Du hast so ein tolles Zeolit. Ich habe noch nie solche Werte gehabt. Hier, ich habe dir die Werte mal mitgeschickt. Also die hat mir dann ein Diagramm mit Werten, Schwermetallbelastung geschickt, wo alle Bereiche im Optimum sind. Da wurde gemessen, Quecksilber, Blei, Arsen, alle möglichen Dinge. Und man fühlt sich einfach richtig gut dann auch. Und was noch ganz, ganz spannend ist vielleicht, weil viele Menschen ja auch immer wieder in diesen Bereich gucken, nicht nur aus Eitelkeit, sondern aus Lebensqualität, ist eben das Thema Verjüngung. Und hierbei geht es nicht nur um optische Verjüngung. Es gibt ja Menschen, die lassen sich Botox-Unterfältchen spritzen, damit ihnen eben die Muskulatur schlaff wird und die Fältchen eben von daher sich ein bisschen reduzieren. Und für die Zuschauer hast du jetzt auch einen Tipp. Und die Mimik geht verloren dabei. Ja, durch diese Bio-Photonen, Bio steht für Leben und Photon für Licht, durch diese Lebenslichtenergie wird die Zellkommunikation verbessert. Und wir alle haben den perfekten Bauplan in uns, in der DNA. Und zwar in der kompletten, also auch in den Licht-DNA-Bereichen, in den göttlichen Anteilen 10., 11., 12. DNA-Strang, was aber eigentlich so eine Suppe ist, so eine Mischung ist. Aber in den Bereichen ist der perfekte Plan, die Daten der perfekten Zelle hinterlegt. Das Dilemma ist, dass wir üblicherweise um die 30% Zugriff auf diese Daten nur haben. Und die Zellen, die sich reproduzieren, können sich dann nur so reproduzieren, wie sie eben auf diese Daten zurückgreifen können. Also die Zellen, die sich teilen, und das findet in jedem Augenblick statt, Zellen sterben ab und neue sind wieder da, die reproduzieren sich eben mit unvollständigen Daten. Und mit dieser Technologie, und das haben wir bei allen, wo wir gemessen haben, kommt man in ziemlich kurzer Zeit, in wenigen Monaten auf 100% Zugriff auf die göttliche Blaupause, auf dieses Hologramm. Und das bedeutet, dass die Zellen, die sich dann reproduzieren, das ist dann wie, wenn du eine Kopie vom Original machst, eine perfekte Kopie vom Original machst, jedes Mal. Und dadurch, dass wir uns alle anderthalb Jahre einmal rund erneuern, also Zellen sterben ab, neue kommen, und so nach anderthalb Jahren ist man einmal durch, erreicht man dann enorme Verjüngung. Wir haben gemessen, ich bin auch noch nicht so weit, ich bin auch erst seit drei, vier Monaten in diesem 100%-Bereich. Was heißt denn im 100%-Bereich? Wir haben gemessen Zugriff auf die, also 100% Zellkommunikation, 100% Zugriff auf diesen Blaupause-Bereich. Wir haben allgemein gemessen, dass man so in den Bereich 27, 28, vom biologischen Alter hinkommt, tendenziell durch diesen Austausch. Wenn eben alles mit perfekten Zellen einmal ausgetauscht ist, ist natürlich auch jedes Organ wieder leistungsfähiger. Und ja, es ist ein wirkliches Zurückdrehen des Alters, der Alterungsuhr, weil einfach die, es ist nicht nur optisch, sondern auch die Leistungsfähigkeit ist eine ganz andere, weil jedes Organ wieder eine ganz, also alles wird eben viel perfekter, da wird perfektioniert. Wenn man sich mal ausmalt, was da passiert, weil wenn das tatsächlich geschieht, dass man ja alles zurückdrehen kann, alles wieder auf einen Nullpunkt, also auf den Ursprungspunkt zurücksetzt, also quasi wie so ein Reboot, dann wäre ja auch wiederum auf der anderen Seite, weil es gibt ja dann wieder Kritiker, die sagen, nein, das ist mir zu teuer und warum so teuer oder es ist mir zu viel Geld, ich kann es mir nicht leisten, aber auf der anderen Seite, man spart Nahrungsergänzungsmittel, man könnte sich die teuren Cremchens, Botox etc. sparen. Wenn man das mal auch aufs Jahr rechnet, was man dann nicht mehr benötigt, wäre es eigentlich möglich, dass man sich das dann zu leisten. Und wenn man das ja kein Verfallsdatum hat und man das jetzt auf die nächsten 10, 20 Jahre hochrechnet und mal davon abgesehen die Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Das eine ist, man nimmt es mit, das ist das Äußere, das ist schön, danke, aber das Wichtige ist ja, was von innen passiert. Also es ist nicht nur eine optische Verjüngung, sondern die Leistungsfähigkeit geht in diesen Optimalbereich runter. Unter 30 Jahre haben wir gemessen. Bei allen, wo wir das ausgetestet haben und das haben auch mehrere getestet, geht es tendenziell in diesen super tollen Bereich. Optisch geht es auch sehr stark zurück. Und dann kann man sich auch, wenn man dann konsequent weiterdenkt, kann man sich auch gut vorstellen, wenn jemand 80 ist, hat aber die Leistungsfähigkeit wie ein 28-Jähriger, dann muss das Leben mit 80 nicht zu Ende sein. Die Werte, die wir dann gemessen haben im Bereich Verlängerung des Lebens, was ist da möglich? Und da hat Grigory Grabovoy ja auch ein interessantes Statement abgegeben, dass man im Grunde genommen viele, viele hundert Jahre alt werden kann oder gar nicht sterben muss oder so. In diese Richtung ging es in etwa die Headline eines Interviews. Die Messungen, die wir gemacht haben, gehen in diese Richtung. Also, dass man im Grunde genommen dann selbst entscheiden kann, wie lange man leben möchte in diesem Körper. Wir haben zuerst ganz hohe Werte schon als Ergebnis gehabt und es war immer noch mehr. Und dann hat der Armin nicht weiter abfragen wollen. Und dann haben wir abgefragt, in der Bibel werden ja, ich bin nicht so bibelfest, muss ich sagen, in der Bibel werden aber dennoch sehr hohe, erreichbare Alter erwähnt. Sprichwörtlich ist das Alter des Methusalem. Und wir haben eben abgefragt, kann dieses Alter erreicht oder sogar überschritten werden? Und es kam ein ganz klares Ja. Methusalem ist 969 Jahre alt geworden, laut Bibel. Und das ist schon sehr spannend, diese ganzen Dinge. Und von daher ist, glaube ich, auch jedem, der kritisch darauf schaut, an dieser Stelle dann bewusst, dass diese Technologie eigentlich nicht bezahlbar ist. Also für mich ist es so, es ist eine Wertschätzung. Wir haben die Preise radioästhetisch ermittelt. Ich denke, sie sind sehr preiswert. Es gibt Produkte, die ein Vielfaches kosten im energetischen Bereich. Und wir haben eine Leistung, wo ich nichts kenne, was diese Dinge eben erreicht. Und ja, vielleicht ganz kurz noch sei erwähnt, dass auch ein Amulett oder nur ein Handyship, der 44 Euro kostet bei uns, jetzt ist es mir rausgerutscht, Entschuldigung, dass der dieses auch alles bewirkt und erreicht. Es dauert eben länger. Aber es muss niemand mit irgendwelchen Problemen aufgrund einer finanziellen Situation zurückbleiben. Selbst eine Wasserader könnte er beheben, wenn er einen WLAN-Chip aufs WLAN macht oder auf dem Stromkasten den Chip draufpackt. Zum Schluss, was würde es bedeuten, wenn jeder in seinem Haushalt das Gerät hätte? Danke für die Vorlage. Also die Technologie, dieses Licht arbeitet so, dass für alle, für die das real ist, dass es sofort in alle Inkarnationen auch hineingeht. Das heißt, es bewirkt eben auch eine Befriedung und Ausheilung der Vergangenheit. Und wir haben ja in der Vergangenheit eigentlich auch immer irgendwo Kriege gehabt. Und wenn man diese Dinge befrieden und erlösen kann, dann wird karmisch auf das Gesamtbewusstsein enorm viel für den Frieden getan, mehr als man sich überhaupt vorstellen kann, denke ich. Und wenn man dann noch die Betrachtung, die im spirituellen Bereich sehr verbreitet eben auch ist, Zeit ist eine Illusion. Es sind im Grunde genommen Paralleluniversen, Parallelpotenziale, wenn man das so sieht, dann ist es eben eine Ausheilung dieser ganzen Potenziale und des morphogenetischen Feldes, des gesamten Bewusstseinsfeldes. Und das heißt, dieses Erwachen, das wir uns alle so ersehnen, wird extremst gefördert und es ist eine Technologie für eine friedliche Welt. Also vielen Dank. Liebe Zuschauer, wie wir heute erfahren haben, lohnt es sich, einen Kraftort zu besuchen. Und wer diese Möglichkeit nicht hat, sollte einen Gedanken daran setzen, sich einen Zuhause zu erschaffen. Vielleicht macht es ja unsere Welt in den unruhigen Zeiten doch noch etwas harmonischer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.